zu anfang des videos werde ich euch drei merkwürdige lama spawnorte sagen oder zeigen er danach werde ich euch zeigen wie es aussieht wie man einen lootrip auf dem kopf hat und den ladebildschirm von woche 10 werde ich auch noch zeigen und im hintergrund werden mal vorübergehend vier kills von mir sein dann fangen wir mal an jetzt kommen wir jetzt mal eigentlich in interessanten teil des videos und zwar zum ladebildschirm von woche 10 wo wir jetzt erst woche 9 haben wie man irgendwie alle mission von ersten von allen neuen wochen abgeschlossen hat den ladebildschirm bekommen und auch davor muss man von woche 9 das gehe banner suchen auf jeden fall auf dem ladebildschirm sieht man den skin die spiegelbild von ihm das von ihr gesagt auf jeden fall dieser spiegelbild ist böse und hat irgendwie lila die farbe vom würfel unter den augen und ich glaube die augen sind auch in der farbe ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher ich hoffe ich das video hat euch gefallen liked es gerne gebt auf abonnieren und aktiviert die glocke es ist nämlich wichtig damit ihr alle benachrichtigungen bekommt und ähm sorry dass ich gerade komisch klinge liegt daran weil ich leicht schnupfen habe und wir jetzt während ich diese aufnahme mache 1 uhr 2 mitten in der nacht haben und das ist sehr spät ich bin so müde also bis zum nächsten video tschüss bis zum nächsten Mal